Okay, ich dachte, äh, die, äh, Dings, äh, die Platte, äh, dampft im Takt, das, das fände ich schon ein wenig seltsam. Okay. Beutel hat etwas geleuchtet, war aber nichts Besonderes. War einfach nur leuchtenblauer Plastikmüll. Aber bin ich jetzt gerade deine, äh, gute Nachtunterhaltung, Blackie? Und wann wolltest du schlafen, wenn das so ist? Genau das. Mal sehen, okay. Dann, wenn es langweilig wird, wahrscheinlich. Und 20 Sekunden später kommt... Verdammt. 20 Sekunden später kommt irgendeine laute Stelle und dann bist du wieder wach. Na komm, ich hab dich doch gerade gar... Hör auf dich zu bewegen, ich will dich hacken. Ah, das klingt falsch. Dann halt so. Zwunk. Ich brauch definitiv ein neues Cyberdeck mit mehr... der Quick-Hacks. Ja, ja, wie viel? Verringert Sichtbarkeit für Gegner um 10%. Ich kann demnächst wahrscheinlich den Gegnern die Hosen ausziehen, ohne dass ich sie sehen. Das gefällt mir. Okay. Oh, du bist sogar schon direkt gestorben. Das finde ich ja ein Leid. Fehlt noch einer von der Gruppe hier hinten. Da ist er. Da ist er. Zwei oder drei Gegner sind's auf jeden Fall. Jetzt ist einer weniger. Guck mal, von der Arsch. Die sind so durch. Das klingt nach sie haben mich. Na komm, ich bin den Typen. Na komm. 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 Achso, jetzt weißt du nicht mehr, wo ich bin. Was? Ich geb dir meinen Deckertipps. Okay. Du bist doch ganz in der Nähe. Ich stehe ja gerade ganz scheiße. Hallo? Oh ja. Papa. Sonst ist da jemand von der Amerikaner? Nein. War das jetzt nur die eine Gruppe oder ist die andere? Die da oben sind auch da. Das war Jetzt haben wir noch einer, okay Terima, gar keine Ahnung Jakob Mama such dich Ich glaube das waren sie Ich würde zumindest kein Blabla mehr von ihnen Ich glaube jetzt ist das wesentlich einfacher Den Typen da hochzukriegen Okay Das ist Panzerstahl Äh, Glas Oder was auch immer Was haben wir denn da noch Nein, ey Du lagst aber schon vorher rum Vielen Dank für die milden Gaben Dann holen wir mal unseren Partygast und unsere Lieferung, äh, Ladung Geht's Ihnen gut? Ich hoffe schon Der Transport geht weiter Jetzt muss ich auch Auto fahren Aha, kann ich hier nicht In den Kofferraum meines Motorrad klappen? Da kann ich wenigstens mit umgehen Ja, geh lieber weg Na, was haben wir denn hier noch? Ein Hot Dog Und ein Bounce Back Und ein Bounce Back Und ein Bounce Back Oh ja Das schaut nach dem besten Auto aus für irgendwas Oh Ich meine, wer in den Kofferraum guckt sieht ja auch nicht, dass da immer drin liegt Oh ja Ja So, jetzt bin ich da, jetzt habe ich einen guten Gugang Oh ja Oh, die Fung ist da Wär auch immer weh Du willst, alles klar Oh, gut Job ist erledigt Das sehe ich Gute Arbeit Alles okay mit dir da drin, Haruyoshi? Den ist mir Hoffnung gegeben Also, wer ist der Typ? Er wird dir alles erzählen Haruyoshi Ja Ja, äh Gut Ja Ja, ist klar Okay Okay Wie heißt du nochmal? Hirnchirurg Der Beste auf der Welt Gute Instinkte Du bist also hier ein Chirurg Ich bin wie? Wo genau kommst du her? Hirnchirurg Der Beste auf der Welt Gute Instinkte Null Sprache spricht er nicht so gut Ähm Ja Skalpell Selten ikonisch Scharf und tödlich Pass bloß auf, dass du dich nicht schneidest Erhöhlt den Schockschaden wenn Wenn Sandevistan aktiv ist Erhöhlt die kritische Treffer Chance um 50% Treffer lösen Bluten aus Ja Ja Nehm ich doch gern Okay Jetzt sollen wir die Clouds Das waren immer noch die Der Part mit dem Ähm Naja 15.000 beschaffen Da bin ich noch ein bisschen weg Ja Mit Takamura treffe ich mich später nochmal Gucken wir erstmal nochmal Ob ich irgendwo noch Geld organisieren kann Beat on the bread Für den Ringen Kabuti Nein das ist der Was auch immer Ich will mich nicht boxen Boxen erfordert nämlich mehr Geschick als ich habe Wie man bei dem Roboter Wettkampf gesehen hat Welche Schadenspotenzial habt ihr? Ach komm Ihr seid easy Bd55 Bd55 Bd9 Mit einer 5er Sequenz könnte ich vielleicht Ne alles kriege ich nicht hin Ähhh zack Zumindest den Quatsch Vier Gegner, okay. Das nächste Mal erst in Deckung gehen und dann helfen. Und bei der Gelegenheit ein anderes Ziel auswählen. Ich könnte mal den Glipperdok hier anfragen. Da liegt noch Mut rum. Da rannte gerade jemand hoch. Ich habe das Gefühl, die Tiger Claws sind hier so die Mobs. Ach, falsche Person. Aber jetzt ist es egal, wen ich von den beiden hacke. Okay, ich meine da oben wäre auch eine. Es wären also noch drei Personen insgesamt. Da-da-da-da-da-da-da-da. Das war zum nächsten Mal. Das war zum nächsten Mal. Oh, hier sind doch mehr. Das habe ich mir eigentlich anders vorgestellt. Ich werde weniger versuchen. Oh ja, egal. Wieder unten. Bis raus, sagt man. Ah, da ist er noch. Du bist die einzige Person, oder? Nee, du bist da noch. Du bist auch noch da. Okay. Hab verstanden. Ich müsste erst mal roten. Hopp. Mal. Das ist immer noch mal rot. Jetzt rennst du schon wieder in Deckung. Ich sag mal. Du bist ja fast so schlimm wie ich. Das ist echt. Du bist jetzt einfach so schlimm wie ich. Ich kann mich auch immer mehr überlegen. Oh. Vielen Dank für die wilden Gaben.